Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das BigTrip Bundle von UVO361. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundleinhalt sowie natürlich auch die Links zu Single und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. BigTrip von UVO361, das ganze am 17. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder Einbundle aus dem Bereich Deutschrap. Eine absolute Premiere für mich und zwar haben wir hier meines Wissens zum ersten Mal ein Bundle zu einer Single. Jawohl, UVO361 hat es tatsächlich gemacht. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus einem Shirt und hier einer Vinyl, einer Single Vinyl. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Einmal das Shirt und dann natürlich auch noch die Vinyl. Ist die Frage. Ja, hier hinten bietet sich das gut an. So, wunderbar. Und dann lässt sich das hier gut abziehen. Also, wir haben hier eine Vinyl. Das Ganze kommt hier in schwarz. Auf der Oberseite lesen wir hier UVO361. Darunter den Titel BigTrip featuring Future. Also, wir haben hier ein Feature von dem US-Rapper Future. Ich glaube, es ist der erste Deutschrapper, der es schafft, ein Feature mit Future zu bekommen. Und auf dem Cover haben wir dann hier etwas verwischt, etwas verwackelt, die beiden Interpreten. Also hier hinten UVO und hier im Vordergrund Future. Auf der Rückseite haben wir hier oben mal einen Barcode. Ganz oben. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir lesen hier BigTrip featuring Future. Dann einmal das Instrumental zu BigTrip und dann haben wir hier noch einen Remix davon, den Sonus 030 Remix. Jawohl. Dann haben wir die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Stay High, über das Label von UVO361. Nur zur Info. So, das Ganze geht dann hier auf. Also nicht, wie man jetzt vermutet hätte, wenn das hier die Oberseite ist, dass man hier rechts aufmacht. Nein, es geht hier auf. Also ist das Cover dann so seitlich. Dann haben wir hier im Innenleben auch wieder Fotos von UVO361 und Future in schwarz und lila. Auf der linken Seite lesen wir BD, also BigTrip. Und dann haben wir hier die Stecktaschen. In der ersten haben wir hier ein Poster und in der zweiten haben wir die Vinyl. Ansonsten, wir schauen mal kurz rein. Haben wir hier nichts. Gut. Dann schauen wir uns das mal an. Als erstes kommen wir natürlich zur Vinyl. Die kommt hier in einer schwarzen Papierhülle. Und so sieht dann die Vinyl aus. Also auch die Vinyl in schwarz. A-Seite haben wir hier mit den drei Tracks. Also BigTrip, BigTrip Instrumental und BigTrip Sonus 030 Remix. Und so sieht dann die Rückseite aus. Beziehungsweise, ja, sieht tatsächlich so aus. Also man hat hier alle drei Tracks auf eine Seite gepackt, wie es hier aussieht. Die Rückseite, gehe ich dann mal davon aus, ist leer. Muss ich dann mal anhören, wie das genau ist. Aber die Seite ist dann auch entsprechend hier mit BigTrip Artwork gestaltet. So, dann packen wir das wieder zurück in die Hülle und kommen zum nächsten Bundleinhalt. Und zwar ist das das Poster. Wir haben hier ein quadratisches Poster. Ganz oben lesen wir wieder Ufo 361. Dann haben wir hier wieder diverse Fotos von Future und Ufo und einer Dame. Also, sieht so aus, als wären die beiden hier irgendwie im Hotel. Also zumindest für mich sieht so aus. Hier auch vor den Vorhängen und so die Fotos. Und darunter lesen wir dann wieder BigTrip Featuring Future. Jawohl. Die Rückseite ist blank weiß, also das Poster nur einseitig bedruckt. Es ist übrigens eine Single-Auskopplung seines kommenden Albums. Das erscheint ja voraussichtlich im April. Rich Rich. Und dann kommen wir zum letzten Bundleinhalt. Und das ist in diesem Fall ein Shirt. Das Shirt, auch wie zu erwarten, in schwarz. Hier im Brustbereich, also auf der rechten Brustseite dann, haben wir wieder die Schriftzüge. Ufo 361 BigTrip Featuring Future. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Also auch hier wieder in seinem rosa-lila Ton, Ufo-Schriftzug, BigTrip-Schriftzug und Future. Und dann hier in der Mitte noch groß, kreisförmig, die einzelnen Fotos. Jawohl. Bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit Stay High. 100% Baumwolle. Dann die Waschhinweise. Stay High ist das Label. Größer ist L. Also die konnte man nicht aussuchen. Die war vorgegeben. Alle Bundles kommen hier mit Größe L. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier einen Zettel haben. Nein. Okay. Also wo das Ganze genau hergestellt ist, lässt sich dem nicht entnehmen. Nein. Kann ich hier nicht rausfinden. Okay. Dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt, quadratisch, sowie natürlich die Vinyl in der schwarzen Papierhülle mit insgesamt drei Tracks. Jawohl. Das alles in diesem wunderbaren Bundle. Big Drip von UFO 361. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single, beziehungsweise dem Bundle. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr UFO 361 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal.